Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Heute wieder ein Update zur AMC Entertainment Aktie und der Frage, warum ist der Kurs, obwohl die Zahlen wirklich gestern recht gut waren, die Quartalszahlen zum dritten Quartal 2023, warum ist der Kurs heute im Laufe des Nachmittags so weit abgestürzt? Der Frage gehen wir gleich nach. Erstmal gestern zu gestern wurden die Quartalszahlen zum dritten Quartal 2023 präsentiert und sie waren eigentlich ganz gut. Teilweise wirklich sehr gut und über den Erwartungen der Analysten sowieso. Der Kurs hat sich gestern auch ganz gut gehalten, muss man sagen. Erstmal ist er hochgegangen auf über 11 US-Dollar und danach schwankend nach unten und hat sich irgendwann mal so bei 10 Dollar eingependelt. Da dachte ich mir noch, okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hatte noch Schlimmeres erwartet, muss ich sagen. Gestern habe ich euch ja mein Video hier hochgeladen, dass ich gesagt habe, ich erwarte eigentlich gar nichts. Bin zwar guter Hoffnung und hoffe das Beste, erwarte aber gar nichts. Und da dachte ich mir, okay, mit dieser Einstellung kann ich da eigentlich am besten mit allem umgehen. Und war gestern eigentlich recht zufrieden. Hab mir gesagt, okay, plus minus 0, irgendwo bei 10 Dollar und noch was hat der Kurs geschlossen. Und dann heute im Laufe des Tages, ja, kam es dann knüppeldick, minus 25% teilweise. Der Kurs abgestürzt, totaler Crash der EMC-Aktien. Und ich fragte mich, woran das denn liegen mag. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir schauen erstmal am Kurs. 8,93 Dollar hat sich wieder ein bisschen gefangen. Minus von 11,4%. Da kann man schon fast froh sein. Wir waren hier auch unter 8 Dollar, sind wir runtergefallen. Jetzt sind wir hier wieder fast bei 9 Dollar. Fails-Deliver nach wie vor noch nicht geliefert. Beziehungsweise die Fails-Delivers sind sowieso nicht geliefert. Aber die Zahlen sind auch nicht geliefert. Und da hatte ich euch gestern auch in meinem Video darüber berichtet. Momentan immer noch nichts geliefert worden. Wir sind da schon mindestens mal 10 Tage überfällig. Beziehungsweise 8 Tage überfällig. Hätten schon nichts geliefert werden müssen, die Zahlen. Aber sind sie nicht. Außerbörsliche Aktivitäten, ja, halten sie sogar noch an Grenzen. New York Stock Exchange 12,04%. Also da ist jetzt nichts Außergewöhnliches zu sehen. Short-Volumen ist hochgegangen, nehme ich mal an. Ja, natürlich. Short-Volumen ist hochgegangen. Wir waren ja recht niedrig. Teilweise waren wir irgendwo bei, ja, 20%. Jetzt immer wieder bei 47, 48% Short-Volumen. Da haben die Shorties gestern wieder zugeschlagen. Zugeschlagen natürlich, weil sie gemerkt haben, Unsicherheit am Markt. Und da haben sie spekuliert natürlich auf fallende Kurse. Und heute natürlich wieder gewonnen. Haben natürlich wieder, ja, in die richtige Richtung spekuliert. Muss man sagen, wie so oft hier bei der EMC, ist man eigentlich, wenn man aufs Negative, auf den Kursverfall spekuliert, oft auf der richtigen Seite. Oder meist auf der richtigen Seite. Ich hoffe, dass unsere Zeit noch kommt und der Kursaufstieg noch irgendwann mal folgen wird. Wie gesagt, ich bin sehr desillusioniert hier von dieser Aktie. Habe ich euch auch beim letzten Video gestern berichtet. Ja, ich erwarte gar nichts. Hoffe natürlich das Beste, erwarte aber wirklich gar nichts mehr hier von dieser Aktie. Weil ich gemerkt habe, dass das hier, ja, irgendwie nur frustriert eigentlich. Hat heute wieder gezeigt, dass wieder riesen Frustrationen hätten aufkommen können. Bei diesem Preisverfall, Kursverfall. Obwohl die Zahlen eigentlich gestern wirklich ganz positiv waren. Wir gehen sie gerade mal durch. Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 45,2% auf 1,4 Milliarden. Sehr gut liegt über den Erwartungen 1,40 Milliarden. Über den Analystenerwartungen, über die Erwartungen des Marktes. Nettogewinn stieg um 239,2 Millionen US-Dollar auf 12,3 Millionen US-Dollar. Verglichen mit einem Nettoverlust von 226,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022. Das heißt, AMC ist profitabel geworden. Hat hier einen Nettogewinn gemacht von einem Plus von 12,3 Millionen US-Dollar. Im Gegensatz zum dritten Quartal 2022. Wo es noch ein Minus war von 226 Millionen. Sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Verwässerte Gewinn bzw. Verlust. Die Aktie hat sich verbessert quasi um 2,28 US-Dollar auf plus 0,08 US-Dollar. Also plus 8 Cent. Das heißt, AMC ist profitabel geworden. Wäre eigentlich ein Grund zum Feiern im Vergleich zum dritten Quartal 2022. Wo noch ein Minus pro Aktie von 2,22 Dollar zu Buche stand. Sind wir jetzt ein Plus. Das heißt, eigentlich sind wir über den Berg. Eigentlich ist der Turnaround eingeleitet, muss ich sagen, hier von den Zahlen her. Weil AMC ist im Plus ganz einfach. Das bereinigte EBITDA, das ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, verbesserte sich um 206,6 Millionen US-Dollar auf 193,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu minus 12,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022. Also ihr seht hier Verbesserungen an allen Fronten und wirklich gute Zahlen, muss man wirklich sagen. Also zumindest das, was man jetzt hier sieht. Ich bin noch nicht tiefer in die Bilanz eingedrungen, sondern habe mir das jetzt erstmal nochmal angeschaut. Das werde ich die Tage nochmal mich in die Bilanz richtig reinlesen. Und vielleicht finde ich da in der Bilanz noch irgendwelche Negativfaktoren. Aber jetzt, so fürs Erste, sieht das erstmal hier positiv aus. Der Netto-Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit verbessert sich im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 289,5 Millionen US-Dollar auf 65,9 Millionen US-Dollar. Auch positiv. Das hat sich irgendwo im Prinzip jeder Punkt ist sehr positiv im Vergleich zum Quartal 2022, zum selben Quartal. Dann, operative Cashflow betrug 108,7 Millionen US-Dollar, was eine Verbesserung von 289,9 Millionen US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal 222, äh, 2022, 2022 entspricht natürlich. Liquide Mittel, sehr wichtig zum 30. September. Liquide Mittel liegen bei 729,7 Millionen US-Dollar. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte hier fast. Wir haben hier 729,7 Millionen US-Dollar liquide Mittel, was sehr, sehr positiv ist. Und das ist natürlich auch eine sehr positive Zahl. Ein Plus von 0,08 Dollar pro Aktie. Das heißt, wir sind, beziehungsweise AMC ist profitabel geworden. Alles in allem wirklich gute Zahlen, muss man sagen. Der CEO von AMC, Adam Aaron, kommentierte den Ergebnisbericht wie folgt. Es ist sehr befriedigend für AMC, für das dritte Quartal 2023, eine beeindruckend positives Ergebnis zu melden, das deutlich über den Konsens und den Markterwartungen liegt. Ähm, hatte ich ja auch schon erwähnt, deutlich über den Markterwartungen, deutlich über den Analystenschätzungen. Ähm, also wirklich, muss man wirklich sagen, sehr, sehr positiv. Und, ähm, das beste Ergebnis des dritten Quartals, ähm, in der 103-jährigen Geschichte des Unternehmens von AMC. Also, es ist natürlich hier wirklich, ähm, ja, ein, 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 ein super Top-Ergebnis, muss man sagen. Und, ähm, eigentlich hätte der Kurs, äh, nach oben gehen müssen, normalerweise. Zumindest hätte er auf demselben Niveau bleiben müssen. Ähm, eigentlich hätte er auch hochgehen müssen, aber sagen wir mal, zumindest hätte er auf demselben Niveau bleiben müssen, da ja, wie gesagt, eine starke Manipulation hier vorherrscht. Da hat man ja gar nicht so viel erwartet jetzt, dass man sagt, okay, äh, keine Ahnung, jetzt muss hier gleich, äh, der Riesenanstieg kommen. Aber stattdessen ist auf einmal heute im Laufe des Nachmittags der Kurs gebröckelt immer mehr. Und, ähm, ja, da dachte ich mir, was jetzt passiert. Habe in meinen Mails gesehen und habe gesehen, dass da hier dies hier kam. Eine Prospektergänzung und an dieser Prospektergänzung hat es gelegen, dass jetzt der Kurs runtergegangen ist. Nehme ich mal an, weil es zur selben Zeit, als diese Prospektergänzung kam, ist der Kurs runtergegangen, wurde nach unten manipuliert oder wie auch immer, natürlich manipuliert, weil es vorbörsig war. Da ist ja im Prinzip ein sehr, sehr geringes Volumen. Und da kann man natürlich so einen Kurs sehr, sehr gut manipulieren. Und, ähm, ganz einfach deswegen, ähm, weil Adam Aaron bzw. AMC davor warnt, die Aktien zu kaufen, daran zu investieren, weil ein großes Risiko besteht. Er geht hier darauf ein, auf die Volatilität der Aktie, ähm, dass sie quasi schwankt. Zwischen 7 Dollar und 83, 85 Dollar, ähm, geschwankt hat innerhalb von quasi einem Jahr, kann man sagen. Und, ähm, dass hier auch ins Handelsvolumen sehr, sehr stark schwankt. Und, ähm, wie gesagt, eine starke Volatilität vorherrscht, insgesamt gesehen. Und, dass unter diesen Umständen warnen wir sie davor, in unsere Klasse A, Stammaktien zu investieren. Es sei denn, sie sind bereit, das Risiko einzugehen, ihre Investitionen ganz oder teilweise zu verlieren. Ähm, das ist so dieser Zusatz, das ist so diese Zusatzergänzung, Prospekt, Prospektnachtrag quasi, nennt man das. Und, ähm, ja, ich denke, das ist der Grund, warum es runtergegangen ist. Das Prospekt ist natürlich dieses Prospekt, was hier im August, am 4. August hier schon präsentiert worden ist von AMC. Und zwar geht es darum, dass AMC den Handelsvertretern der Banken Barclays, Rileys, Goldman Sachs, ähm, und Citigroup, die, die quasi ermächtigt hat, diese Aktien auf den Markt zu geben, diese 350 Millionen Aktien, die noch ausstehen, ähm, dass die quasi auf den Markt gegeben werden können, Zeit zu, von Zeit zu Zeit. Hatte ich euch auch in meinem Video berichtet, das ist aber schon im August gewesen, als dieser, dieser, dieses Prospekt hier rausgebracht worden ist. Und das, was jetzt rauskam, ist eine Prospektergänzung quasi, was jetzt da nicht in diesem Prospekt drin gestanden hat. Ja, was soll man dazu sagen, ähm, eigentlich nichts Neues, mehr oder weniger, also für uns sowieso nichts Neues. Wir wissen, dass es hier ein High-Risk-Investment auch ist, hier mit der AMC. Äh, wir sind uns dessen bewusst alle, also jetzt für mich ist es jetzt nichts Neues, nichts Dramatisches, was hier reinkam, also nichts, was irgendwie einen Kursverfall rechtfertigen würde. Der Zeitpunkt, dass diese Prospektergänzung jetzt rauskam, ist wohl etwas ungünstig, meiner Meinung nach, etwas ungünstig gewählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hätte sein müssen zu diesem Zeitpunkt, dass das jetzt rein rausgekommen wäre, diese Prospektergänzung, oder man hätte es vielleicht schon vorher machen können, da wäre der Kurs wahrscheinlich schon vorher abgestürzt. Ja, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall, ähm, das wird der Grund hier sein, warum der Kurs hier so vehement abgestürzt ist. Und, ähm, wir sind bei 8,90 Dollar, das wird jetzt wieder eine Frage sein, äh, pendeln wir uns hoffentlich wieder bei 10 Dollar ein? Wäre natürlich super, wenn langsam, ähm, ja, der Investoren merken, ja, eigentlich, ja, ist es eigentlich nichts Neues, irgendwie, was man da irgendwo jetzt gelesen hat. Und, ähm, wenn man dann davon ausgeht, dass das dann im Vorfeld schon manipuliert worden ist, vorbörsig quasi, ähm, mit einem geringen Handelsvolumen, dann, ähm, dann dürfte sich normalerweise hier der Kurs doch wieder irgendwie einfinden. Äh, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier noch so weiter runtergehen sollte, weil, wie gesagt, eigentlich nichts Neues rauskam. Bisher hat jetzt Adam Aaron jetzt nicht nochmal neue Aktien auf den Markt gegeben, die 350 Millionen Aktien, äh, ja, sind immer noch nicht ausgegeben quasi. Also zumindest ist es jetzt hier nicht rausgekommen aus diesem Prospekt. Äh, vielleicht gibt es da irgendwelche Insider, die da mehr wissen, ich weiß es nicht, aber, äh, passiert ist jetzt an sich selber nicht so viel, außer, dass diese Prospektänderung veröffentlicht wurde, zu einem zugegebenerweise, ähm, oder, ja, komischen Zeitpunkt, muss ich sagen, also direkt hier nach dem Zahlen, hm, keine Ahnung, äh, will ich jetzt nicht weiterhin kommentieren. Gut, ähm, gut, das war es jetzt von meiner Seite aus zu den Zahlen, zu dem Kursverfall, ähm, von der Aktie, von dem Aktienkurs. Ja, ansonsten würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts macht von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss!